moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich heute einen neuen loading screen für euch und den gucken wir uns heute gemeinsam an eine musik unterstützung haben wir hier auch hier haben wir noch mal den namen auf jeden fall am start und ja drücke leertaste um die musik zu stoppen dann haben wir unten auch den loading kringel und die loadings schrift im hintergrund natürlich ein bild und ja so ich würde sagen wir kommen auch direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und dann einmal entpacken hier müsst ihr halt darauf achten dass ihr nicht ihn hier raus zieht sondern hier besteht wieder ein unterordner dann hier befindet sich dann so der haupt ordner drin und den zieht er dann einfach raus wenn wir es gemacht haben können wir uns hier schon mal den namen kopieren und gehen dann in unseren server rein und gehen in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner anschließend gehen wir zurück und gehen in die server cfg oder in eine andere cfg einfach öffnen dann mit so in search leerzeichen und dann den kopierten ordner namen hier eintragen hier noch speichern und können das ganze jetzt schon schließen und einfach den server neu starten und wir haben den loading screen erfolgreich installiert gut dann gucken wir uns das gute stück so noch mal an hier zum beispiel können wir die bilder halt dann einmal uns halt anpassen hier haben wir gesehen haben wir zu den hintergrund ja so den können wir einfach austauschen mit einem anderen bild hier haben wir musik könnt ihr auch austauschen und wenn ihr das ganze noch ein bisschen anders umschreiben wollt dann können wir in die index gehen und hier können wir zum beispiel unseren rollplay namen eintragen hier ist das ganze schon übersetzt auf deutscher sprache und hier können wir das ganze noch übersetzen wenn wir es natürlich wollen ansonsten lasst ihr das halt so genau gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut da rein dann auch ciao 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 ciao